Hey Leute, Remake hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Ankylosaurus mit verschiedenen Methoden super einfach zähmen könnt. Viel Spaß! So, wie immer zuallererst die Stats. Zum Betäuben könnt ihr relativ viel benutzen. Eigentlich alles, bis auf einen Boomerang würde ich euch vielleicht nicht empfehlen, aber am besten einfach einen Crossbow oder Trankdarts würden schon reichen. Food natürlich, Kibble an allererster Stelle von der Efficiency her, dann kommen Mais, Karotten, Zitronen und Kartoffeln. An dritter Stelle kommen dann Mechupieren und an vierter kommen alle anderen Beeren. Kann getragen werden von allem, was größer als ein Argentavis ist, also ein Crystal Viper, ein normaler Viper und ein Cats. Spawnt auf allen Maps und die Difficulty würde ich auf eineinhalb von fünf Punkten setzen, weil es relativ einfach ist. Und die Stats sind natürlich basierend auf einem Level 150er Ankylos. Also, let's go! So, Strategie Nummer 1 ist ganz einfach, einfach, ja, weglaufen und hitten, weil der Ankylos ist super, super langsam. Also, ihr solltet den in jedem Fall outrunnen können, wenn ihr in einem Gebiet seid, wo ihr sagt, okay, ich will ihn trotzdem irgendwie festhalten. Dann könnt ihr einfach hier drei Billboards nehmen, den da reinlocken. Eine Bear Trap könntet ihr theoretisch reinsetzen, müsst ihr aber gar nicht. So, wenn er drin ist, macht ihr einfach hinten noch mit einem zu. Das ist dann Strategie Nummer 2. Oh, jetzt verkacke ich es natürlich auch hier. Nein, so, jetzt, hier kommt er tatsächlich nicht raus, greift aber die Billboards an und macht auch guten Schaden, je nachdem, was für ein Level ist. Aber das ist da, also weglaufen oder halt Billboards, schon mal die ersten Strategien. Die nächste Strategie ist eine Netgun. Könnt ihr auch ganz einfach anwenden, also einfach eine Netgun benutzen und, ja, anfangen, ihn zu betäuben. So, und die letzte Strategie ist natürlich auch einfach grabben, in eine Tamebox werfen und dann habt ihr eure Ruhe. Ihr könntet natürlich auch eine kleine Trap bauen, also mit einer Rampe und einer 1x2 oder 2x2 Foundation würde schon reichen. Ist aber fast schon überflüssig bei dem Ankylo, vor allem, weil ihr die Billboards benutzen könnt. Und übrigens, falls die nicht reichen sollten, könnt ihr auch einfach welche aus Metall nehmen, da die kann auf jeden Fall nicht zerstören. Also, super, super einfach den Ankylo zu zähmen und ein super geiler Dino. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst super gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut und ciao.